Jo und herzlich willkommen zurück zum Tag zu Tag 19 vom Live Adventskalender 2020 und heute losen wir Tag 17 aus, da gab es 100 mal Flaris Wine zu gewinnen, also 100 Stück von dem Power Up und damit sind wir den Gewinner und heute an Tag Nummer 19 gibt es 50 mal, noch mal ein Power Up, 50 mal Fly zu gewinnen, also Fly wie ein Fly Vorfahren, gibt es heute 50 mal zu gewinnen und alles was ihr dafür tun müsst, ist euren Charnamen von Iktras in die Kommentare schreiben, das Video liken und meinen Kanal zu abonnieren. Und dann machen wir auch direkt weiter mit der Auslosung von Tag 17, 37 Kommentare und 100 mal Flaris Wine is on the line. Und wir haben Nanabe, äh, Nabani mit Cirella, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Nachricht rausgehen sollte und heute kann ich den Gewinn auch per Post verschicken, also heute nur, äh, nur in Anführungszeichen, herzlichen Glückwunsch. So, und 100 mal Flaris Wine, zack, Cirella, kopiert. Oh. Oh. Oh, das ist... Das ist natürlich ärgerlich, also... Aber unabhängig davon, ob ich es ihm jetzt geschickt hätte oder nicht, ich kann ihm keine Nachricht schicken. Und das ist kritisch, weil das ist im Endeffekt fast, also... Ja, na, na, hm. Das ist nicht gut, also das sollte eigentlich nicht passieren. Weiß jetzt nicht, ob es jetzt unfair wäre, wenn ich sage, es gewinnt jetzt jemand anders oder... Aber genauso unfair wäre es, wenn ich jetzt sage, es geht trotzdem klar, weil bisher haben wir keine einzige Ausnahme gemacht. Sobald die Post nicht rausging, haben wir immer neu ausgelost. Äh, ja. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie sowas passieren kann. Ich habe nie einen vollen Postkasten, noch, also fast wirklich noch nie in meinem gesamten Leben. Das heißt, eigentlich nur, wenn man Auktionshaus Sachen abholt und dann nicht raustut aus der Post. Hm. Ja gut, aber sorry. Dann leider Pech gehabt. Dann los mal neu aus. Und let's go. Henrik mit... Oh, ich dachte gerade, der Charname ist wegen dem G.I. Ist ja... Oder G.A. ist das natürlich, aber ich dachte gerade, der Charname ist allerseits. Aber der Charname ist Melody. So, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Nachricht zugemacht habe. Ich hätte einfach den Namen austauschen können. Hoppla. Das, äh... Also nicht so wichtig. So, jetzt aber gewinnen. Tja, ich hätte nichts zu blöd sagen. Also ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Tja, naja. Kann man nichts machen. Da ist auch ein Akzent auf dem I. Von Melody. Und jetzt ging der Gewinn raus. Sehr schön. Na gut, dann haben wir das. Ja, also wie gesagt, sowas sollte natürlich auch nicht passieren. Also macht es am besten nicht mit eurem Shop-Jar oder mit dem, der gerade einen Merchant aktiv hat und sowieso immer die ganze Post voll hat. Also das ist natürlich auch ganz schlecht. Genau. Aber ich sag mal so, eine Nachricht... Also wie gesagt, einen komplett vollen Postkasten ist schon schwierig, überhaupt hinzubekommen. Aber naja. Kann man nichts machen. Ansonsten Dylan, falls du zuschaust, ja du hast noch ein paar Tage Zeit, dann lose ich neu aus. Gewinner von Tag Nummer 4. Wenn du das siehst, melde dich bitte. Ich hab dir heute auch nochmal eine Nachricht geschrieben. Und wenn ich in ein paar Tagen nichts von dir höre, dann werde ich neu auslosen. Genau. Und damit euch einander und viel Glück. Danke euch fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.